Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich tue euch mal die Sonderangebote verlinken, weil da findet ihr einmal kuratierte Sets. Ihr findet die letzte Chance, wo alle über 170 Produkte sind, die uns verlassen. Ihr habt die Schatztruhe, wo bis zu 60-70% Rabatt drinnen sind, wo ihr tolle Schnäppchen habt, schon für die Herbstzeit, Weihnachtszeit, normale, schöne, neutrale Lampen. Also gerade, wenn ihr Sensi kennengelernt wollt und mal austesten wollt, richtig tolle Schnäppchen. Ihr habt immer 14 Tage Zufriedenheitsgarantie, dass ihr auch das Geld zurückbekommt. Falls euch was nicht gefällt, mir einfach Bescheid geben. Und 30 Tage können Düfte getauscht werden oder auch eine andere Duftlampe, wenn euch irgendwas nicht gefallen wird. Und die ersten 14 Tage kriegt ihr sogar das Geld zurück mit Versand und ihr kriegt auch einen kostenlosen Retour-Schein. Also ihr seid dann immer auf der sicheren Seite, falls ihr schon am Überlegen seid. Genau, stöbert gern noch durch dann die Normalkombinier- und Sparangebote. Da spart ihr gerade auf das Set eine Duftlampe mit drei Düften, 4,50 und 10%.